Wir haben ein bisschen gezockt, dann haben wir noch 200 Gewächse geschafft, dann hatten wir 1200. Dann haben wir uns die liebe Spielmacherin gegönnt, Digga. Ja. Und ja, wir haben jetzt zwei Sachen aus dem Shop und diese zwei Sachen haben wir auch nicht auf unseren Account. Spielmacherin und den Waffenskin Streusel. Oh, und jetzt ist ein speziell Gast gejoint in die Party, willst du dich vorstellen? Ja, da zockt jetzt leider nicht mit, aber wir machen zu sehen. Ja, da haben wir zwei Waffen, ich hab keine Waffen. Ja, nach unserem Video kannst du ja mitzocken, ja? Ja. Und ja, oder so. Ja! Nein! Oh, fuck! Er hat ihn halt gar kein einziges Mal gehittet. Oh doch, ein Mal! Oder war das der andere? Ein 26er-Hit. Nein, du hast ein Low geschossen eigentlich. Plus 50 AP? Mhm. Ich weiß, das nervt. Oh, den guten hat er einen OG-Skin, alle. Das Kind sieht halt so Trey-Hard aus, ne? Ah, geht so. Dein Skin, meinst ich. Ah, du meinst meinen? Ja. 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 Hau mal zu unserem. Ja, also hier seht ihr Streusel. Und wir haben Spielmacherin, Digga. Oh, ich sag. Und ja, wie findet es der liebe meiner Boys, also Leon, dass wir Spielmacherin haben? Und Streusel. Hm. Gut! Kie. � Ja. Mein Update ging auch schnell. Ja, meins auch. Ich war der Erste, der das fertig hatte von uns dreien, oder? Mein Update ging richtig schnell. Ja, ne? Nein, auf Reinfall. Ja, ich war auf die Pumpgun. Jeder geiert auf die Pumpgun. Digga, was soll ich jetzt nehmen? Hör auf, das ist nur ein Video. Aber jetzt war nur KG, da hat er auf die Pumpgun gegeiert. Wer weiß. Bei mir auch. Bei mir war so... Fake Double L war ne Pumpgun. Und da landen gefühlt zwölf Gegner. Obwohl es nur zwei waren. Ich hab halt aber auch gesagt gefühlt. Digga, auch schlecht. Ich greif mich nicht an. Greif mich nicht an, hab ich gesagt. Er hat ne Shotgun, ich hab nur ne Pistole. Hab ihn geholt. Richtiger Tryhard. Da sind viele Gegner. Da müssen Gegner, kannst du kommen? Ja, ich hab... Ich hab den ein... einen Hit gegeben. Den Oskin? Ja. Ah, der hat so nen Schöp gebläst. Er finischt. Kann dir nicht helfen. Ehrenlos. Feindlich. So ehrenlos, warum? Ich vercamp mich jetzt unter dem LKW. Digga, vercamp mich. Ich verkeh mich lieber in dem LKW. Lieber in dem LKW. Man kann nicht... Man kann nicht gut sprinten, ne? Ja! Lass die Einstirmen euch alles auf Standard wieder machen. Mhm. Und dann können wir nur die Entfindlichkeit wieder ändern. Sprache lernen wollen. Ich will kein Batman spielen. Nein! Er hat sich selbst die Ehre genommen. Hat er gar nicht. Der Gegner hat ihn geholt. Absoluter Tryhard, Digga. Der genockt ist so ein Tryhard. Sein Maid ist aber wirklich gut. Er ist mal looten, ne? Vergess dein Maid, Bro. Vergess dein Maid. Ja. Ja, es gibt ja Maid. Du hast keinen Maid. Er hat ja nicht nur noch neun... Fünf. Drei. Eins. Er ist so dumm, ne? Dieser Maid ist so dumm, ne? Ist so. Zum Glück habe ich den nicht mehr als Maid, Alter. Ist halt so. Also ich wäre direkt zu dir gekommen. Ich wäre auch zu dir gekommen. Das ist noch eine Runde, dann können wir Video beenden. Ja. Und das hatte letztens so ein Typ hier reingeschrieben. Ich kann euch helfen. Ich bin Season 5 Spieler. Bin, glaube ich, ein bisschen besser als ihr. Also wenn ihr Hilfe braucht, ja, schreibt also. Ja, ich helfe euch dann. Jo. Also wenn wir... Keine Ahnung. Irgendwie so ein Typ, ich weiß jetzt nicht wie der heißt. Aber der, der, das ist ein guter Zuschauer. Der schreibt auch Danke. Also der schreibt coole Videos und so. Aber nochmal an dich, wenn du das Video siehst. Also ich und Unlegit sind Season 1 Spieler. Ich zocke 10 Tage nach Release. Und Miran zockt eine Woche nach mir. Und ähm, ich habe schon 318 Wins. Und Miran hat 71. Ja. Also wir brauchen keine Hilfe. Also ich finde 71 Wins okay. Ja, ich finde 318 Wins auch okay. Ich finde 3... Also... 1 und 2 zu uns ist jetzt nicht das Beste, aber... Findest du 100 Wins gut? Ja. Dann sind 200 sehr gut und 300 sind ultra gut. Ich habe 318. Für mich? Also für mich wohl, weil ich weniger Wins habe. Zum Beispiel für Ninja ist das richtig wenig. Aber Ninja hat auch nur ta... Ähm, irgendwie irgendwas mit 7000 oder so. Also Nils sagt Ninja hat 1000, obwohl er irgendwie 1000 oder so hat. Also dieser Elfjährige hat halt schon 12.000. OOO Begaboui Danke, dass du mit mir gelangst, das ist einer Ehre. Wie gehst du? Komm, ey, was geht das denn? Oh O, es war so unkorrekt nepponni. Weils du die Waffhaus der Chef? Nein, dann du dir. okay wir haben jetzt eine aufgabe für die gegner und spitz hat der menschen danke du mit jetzt kommt er was gibt dir die muni wieder aber da ist mir keine chance ich habe hier wegen den gegnern ein paar leben bekommen ich gucke nur also ich beschützt sich hat ja alles eingebaut oh ja hat den nein der noch nicht gefressen er ist also unfaire was der wird vielleicht gefinisht ich will das sehen ja der wird so hart verrecken ja nice let's go okay und so dass man hast nur chance heißt ja ich hatte dann für was in dem video haut rein und schau leute ich wollte auch was sagen denn das nächste video seht ihr auf jeden fall mir ans perspektive weil wie ich schon gesagt immer abwechselnd und ja ich würde sagen jetzt wirklich ciao leute